Musik Nun ja, ganz so voll wie zum Tag der Legenden war es an diesem Sonntag nicht. Trotzdem sahen 930 Zuschauer in der Nordhöser Wiedigsburg Halle wieder einen echten Nordhöser Fußballnachmittag, in dem der Telefun Cup ausgespielt wurde. Neben Wacker, der U23-Mannschaft von Schalke und Lok Leipzig, spielten auch noch der VfB Sangerhausen, der VfB Pösneck, Blau-Weiß Großwechsungen und, wie hier zu sehen, die Eintracht aus Sondershausen und Gastgeber Wacker Nordhausen gegeneinander. In dem Nordthüringer Prestigeduell hatten die Gastgeber eindeutig das Sagen und schickten die Sondershäuser nach Toren von Alexander Töpfer, Martin Kohlan und Florian Diesel mit 3 zu 1 hinter die Bande zurück. Moderiert wurde der Fußballnachmittag von Mike Scholle-Scholkowski und die Fans von Lok Leipzig, die feierten die Auftritte ihrer Mannschaft sehr stimmungsvoll. Im letzten Spiel standen sich dann Wacker und Schalke gegenüber. Nico Steinberg schoss die Gastgeber in Führung, am Ende stand es dann jedoch 4 zu 1 für Schalke. Das wiederum freute die Leipziger, die das Turnier in Nordhausen damit gewonnen hatten. Den dritten Platz belegte Wacker Nordhausen, zweiter wurde Schalke und der Sieg, der ging zum zweiten Mal übrigens an die Lok aus Leipzig. Bleibt noch nachzutragen, dass Sangerhausen, Sondershausen, Pösneck und Großwechsungen auf den Plätzen folgten.